Rene Pascal Wagner vom TUS Eintracht von Heide, der Schiedsrichter beim Klängen-Finale auf Platz 3 zwischen der Mannschaft vom Hamburger Sportverein und dem VfL aus Osnabrück. Ahmet Skolak für den A-Zaun zum 1 zu 0. Die Schiedsrichter beim Klängen-Genäu, der Schiedsrichter auf dem Stoen und der Schiedsrichter beim Klängen-Leib. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020